Ja, ich hatte es schon gesagt, Bibel lese in unserer Gemeinde im 2. Mose Kapitel 16 und zwar ab den Vers 17. Wir haben gestern das nicht gehabt, aber das macht nichts, wird gleich noch ein bisschen durchgehen durch das Gesamte und dann werden wir auch den Anschluss kriegen. Das Volk ist aus Ägypten herausgeführt worden, war vorher in Gefangenschaft und ist jetzt unterwegs, schon nach der Teilung des Meeres. Und dann gibt Gott ein Befehl, ich glaube, ich muss mal bei 16 anfangen. Das ist aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder Sammler, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Also ein Krug voll, meine ich, hätte ich herausgefunden in zweieinhalb Liter. Aber ich kann mich jetzt täuschen. Also pro Person zweieinhalb Liter sammeln. Und die Israeliten tatens und sammelten, einer viel, der andere wenig, aber als man es nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viele zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Das war der Vers 19, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber sie gehorchten Mose nicht und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend. Und Mose wurde zornig auf sie. Sie sammelten aber alle Morgen, so viel ein jeder zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Und am sechsten Tag sammelten sie doppelt so viel Brot, je zwei Krüge voll für einen. Also wahrscheinlich jetzt fünf Liter. Und alle Vorsteher der Gemeinde kamen hin. Ich habe gelernt, dass das Wort Gemeinde hier nicht passend ist. Denn damals gab es noch keine Gemeinde in dem Sinne. Sondern, ich weiß nicht, wie man es sonst nennen könnte, aber naja, nur so als Hinweis. Und alle Vorsteher dieses Volkes Gottes kamen hin und verkündigten es Mose, dass so viel gesammelt werden konnte. Und er sprach zu ihnen, das ist, was der Herr gesagt hat. Morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt. Und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das liegt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. Und sie legten es beiseite bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte. Da wurde es nicht stinkend und war auch kein Wurm drin. Da sprach Mose, es dies heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet heute nichts finden auf dem Felde. Sechs Tage sollt ihr sammeln, aber der siebente Tag ist der Sabbat. Gott, an dem wird nichts da sein. Aber am siebten Tag gingen etliche vom Volk hinaus, um zu sammeln und fanden nichts. Das war Vers 27, vielleicht sollten wir auch darauf ein Augenmerk belegen. Aber am siebenten Tag gingen etliche vom Volk hinaus, um zu sammeln und fanden nichts. Und da würde ich ja gerne sagen, wo bist du anders als am siebenten Tag? Einfach nur beim Herrn aktiv in der Gemeinde, anstatt aus Sorge vielleicht doch arbeiten zu gehen. Wir reden natürlich nicht von Krankenschwestern und ganz wichtigen Diensten. Aber da, wo wir wirklich diese Pause machen können, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen, weil wir haben ja nun wirklich genug zu tun, sollte es wohl so sein, dass, wenn ich mich innerlich darauf verlasse, dass der Sabbat ein Geschenk des Herrn ist, es wird wohl besser sein, sich an diesem Tag auch wirklich beschenken zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose, Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, darum gibt er euch am sechsten Tage für zwei Tage Brot. So bleibe nun an jeder, wo er ist, und niemand verlasse seinen Wohnplatz am siebenten Tag. Also ruhte das Volk am siebenten Tage. Das erinnert mich gerade an den Hebräerbrief, dass wenn man sich um sich selbst kümmert, der Hebräerbrief sagt es, glaube ich, auch noch schlimmer, der sagt, wer sich um seine Lust kümmert, und deswegen die Gemeinde, also es geht um die Gemeinde Gottes, es mag sein, dass du sonntags nicht kommen kannst, aber dass du innerlich bei dem Herrn bist, wer die verlässt, dem geht es nicht so gut. Ja, steht irgend so ähnlich, steht es im Hebräerbrief. Man tut es nur für sich, aber an dem Tag sollte man Gott für sich was tun lassen, wenn man es sonst in der Woche dann auch richtig macht, wenn man zur Arbeit geht. Und niemand verlasse seinen Wohnplatz am siebenten Tage. Also ruhte das Volk am siebenten Tage. Und das Haus Israel nannte es Manna. Und es war wie weißer Koriandersamen und hatte einen Geschmack wie Semmel mit Honig. Und Mose sprach, das ist's, was der Herr geboten hat. Fülle einen Krug davon, um es aufzubewahren. Also jetzt kriegen sie noch ein Gebot, was ganz Wichtiges. Das ist, was der Herr geboten hat. Fülle einen Krug davon, um es aufzubewahren für eure Nachkommen, auf das man sehe, das Brot, mit dem ich euch gespeist habe in der Wüste, als ich euch aus Ägyptenland geführt habe. Wir hatten das auch am 24. in der Andacht, der Hinweis, die Väter, die Glaubensväter sind wichtige, vergangene Geschichte. Da brauchen wir uns jetzt nicht immer neu zu überlegen, so habe ich das noch im Ohr, wir brauchen uns nicht mehr neu zu überlegen, wie muss ich irgendwas gestalten mit Gott und Gemein und Reich Gottes. Da können wir auf die Glaubensväter hören. Auch diese Glaubensväter, Mose, etc., 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 etc. Und dann wird hier ein Krug voll weggetan und in Stiftshütte gab es das schon, die erste Form von der Stiftshütte, keiner sagt, nein, einer sagt, nein zu mir. Auf jeden Fall gab es irgendwie so einen Ort, wo man sagt, das stellt ihr vor dem Herrn, das haltet mal weg. So wie später auch mal gesagt wurde, erzählt euren Kindern. Und heute, die Juden, erzählen ihren Kindern natürlich immer noch, vom Auszug aus Ägypten, als ob sie selbst dabei gewesen wären. Nicht als die Geschichte von den anderen, von den Glaubensvätern, sondern es war ihr. Es ist ihr Leben. Genauso wie Jesus am Kreuz vor 2000 Jahren unser Leben werden möchte. Es soll nicht nur eine menschliche Geschichte sein, wo wir dann sagen, wow, 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 toll. Ja, da hat der Jesus für uns was ganz Tolles getan, da hat er unsere Sünde getragen. Nützt ja nur nichts, wenn dieser Jesus nicht dein Leben wird. Ich habe mich ja schon mal öfters gefragt, Jesus hat alles vollendet. Er sagte am Kreuz, es ist vollbracht. Und dann könnte man sich als Mensch fragen, tja toll, ich glaube das zwar, aber faktisch sehe ich das in meinem Leben nicht so viel, dass es vollbracht ist. Oder andere Menschen erzählen sogar, wenn sie mich angreifen oder wenn ein Christsein angegriffen wird, tja, wenn man ihr Christen sagt, Jesus hat alles verbracht, da guck dich mal um. Da siehst du aber nichts. Sovor hungern überall, Kriege sind überall, etc., etc., etc. Aber diesen Faden müssen wir wirklich festhalten. Du kannst jetzt antworten als Mensch und sagen, naja, das sind ja die Menschen schuld, das ist ja nicht der Jesus schuld. Aber das ist nicht die Antwort. Die Antwort ist, mich am Kreuz Christi festzuhalten und herauszufinden, wie dieses vollbrachte Werk sich mit dir verbinden kann. Wie dieses vollbrachte Werk sich mit dir verbinden kann. Glaubensväter, Geschichte ist schön, aber du musst damit verbunden sein. Und das macht wiederum nur er. Aber wenn diese Verbindung nicht da ist, dann habe ich tausende Erklärungen, warum es in der Welt schlecht geht oder warum es mir zwischendurch auch mal schlecht geht oder warum es dem Volk Gottes in der Wüste schlecht geht. Ich habe tausende Erklärungen. Aber die Antwort liegt immer in dem Kreuz Christi. Wenn ich das losgelassen habe, dann habe ich eine Vielfalt von Spiritualitäten und Eventualitäten, wie ich das Wort auslegen könnte, verstehen könnte. Wenn du selber nicht mit diesem Kreuz verbunden bist, dann ist jede Erklärung, sei sie noch so toll und so tief. Nur spirituell, aber nicht dein Leben. Und Jesus möchte verbunden sein mit deinem Leben. Nicht nur mit einer Geschichte, weil sonst ist Gottesdienst auch langweilig. Alles ist langweilig. Wenn ich mit dem Leben der Gemeinde nicht verbunden bin und hoffe, dass am Sonntag mal wieder ein toller Prediger da steht, dann wird der Herr mich einmal enttäuschen. Oder wenn ich dann zum Beispiel denke, was mir oft passiert ist, ach, das wird nichts am Sonntag. Das ist ja wieder der. Und dann lässt Gott mich gerade an dem Tag jetzt ziemlich weit vorne sitzen, damit ich nicht zwischendurch aufstehen kann und an die Qualen gehen kann. Und es gibt dann noch keinen Kindergottesdienst, wo ich mich dann so rausschleiche, so im Stil von, ah, ich bin ja Kindergottesdienstmitarbeiter, die wissen ja gar nicht, dass ich heute nicht dran bin. Und schon kann ich an die Qualen gehen und dann meinen Kaffee da in der Cafeteria trinken, während die Predigt läuft. Aber an dem Tag komme ich nicht raus und der Bruder, wo ich dachte, ach, da kommt nichts, ich kenne ja den, seine Einstellungen, den, seine Theologie, das wird nicht mehr so dicke, tief und so. An dem Tag sitze ich da vorne und eine Sache zeigt der Herr mir auf jeden Fall. Ungeachtet jeglicher Predigt, die gepredigt wird. Hey, da steht dein Bruder, den habe ich da hingestellt. Und dann wird man auf einmal groß, und wichtig in mir, wie wertvoll der da ist. Und dass sein Bestimmungsort das Entscheidende ist und nicht, was ich von ihm halte. Und es verändert mich, weil es wiederum die Liebe Gottes ist, die er spricht. Nicht wie toll einer begabt ist, was einer redet, was für eine Tiefe er hat, sondern du als Person ist wichtig. Und das will Gott uns zeigen. Ja, wie bei diesem Losungsanfang, ja, die Verbindung mit Gott, gibt es eine Verbindung untereinander. Und so entsteht das Kreuz. So zeigt uns, dass Gott den Mittelpunkt von Anfang der Welt auf das Kreuz Christi legt. Immer schon. Im Hebräerbrief heißt es übrigens auch, dass Mose lieber um Christi willen nicht in der Abstammung zur irdischen Verbindung stand. Die Tochter vom Pharao hat ihn ja großgezogen. Also der Pharao war praktisch ein Zieh-Opa. Ja, der Ramses. Ich meine, die Tochter wäre vom Ramses die Tochtergewehr, also war er praktisch der Zieh-Opa. Später musste er gegen seinen eigenen Zieh-Opa vorgehen. Verbindung. Wenn sie nicht da ist, ist es lächerlich. Ein Haus kann noch so schön geschmückt sein. Wenn kein Leben drin ist, es ist nichts. Ja? Und ich kann mich heute mal so steilen und in der Woche kennt ihr ja mein Karohemd, ist ja schon praktisch wie so eine Karikatur. Aber es ändert nichts, wenn es nicht da ist. Wenn es nicht da ist. Und genauso geht es hier darum, dass Gott ständig buhlt um sein Volk mit vielerlei Dingen. Aber er will eigentlich das eigene, eine nur sagen. Wann gibt es Liebesbeziehungen mit uns? Und Volk, du hast Angst. Du wirst immer wieder Angst haben. Wird es reichen? Wird mein Brot reichen? Wird mein irgendwas reichen? Und diese Angst, sagt Gott, die steckt in dir. Die ist nicht nur um dich herum, weil du mal gerade das Geld nicht reicht in deinem Leben. Sondern die Angst steckt in dir. Und das will ich dir sagen. Nimm diese Angst wirklich wahr. meine Kathi hat mir die Überschrift für heute gesagt und die heißt, was haben Christen und Juden im Glauben anders? Und das ist der Unterschied. Die Angst in uns ist die Angst, die das Kreuz Christi nehmen kann. Weil in der Welt wird immer Angst bleiben. Da draußen ist immer Chaos. Und wie ist die Antwort? Wieso ist es da draußen immer noch so, wenn alles vollbracht ist? Weil Christus, er sagt, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt wird immer Angst sein. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das heißt, du brauchst den Überwinder als dein Leben in dir. Und Christus in dir vertreibt alle Angst. Ich habe nicht zu Ende gelesen. Moses sprach, das ist, was der Herr geboten hat. Fülle einen Krug davon, um es aufzubewahren für eure Nachkommen auf das man sehe, das Brot, mit dem ich euch gespeist habe in der Wüste, als ich euch aus Ägypten Land führte. Dass man es an uns sehe. Dass man es an uns sehe. Das neue Leben. Auch wenn ich nicht die Reife habe der Theologie. Und gerade bei mir ist es ziemlich deutlich. Nicht die Reife habe, dies zu begreifen. Christus in mir ist alle Weisheit. Das ist alle Antwort. Ich mache. 33. Und Moses sprach zu Aaron, nimm ein Gefäß und tue Manna hinein, dem zehnten Teil eines Scheffels und stelle es hin vor dem Herrn, dass es aufbewahrt werde für eure Nachkommen. Das erinnert mich dann immer zum Beispiel an meine Kinder und sowieso und ich merke, dass ich sie geprägt habe. Und sie halten mir eigentlich gar nicht so viel meine Fehler vor. Und ich habe Fehler gemacht. Aber ich merke, die Prägung war einfach stärker. Nicht, was ich richtig gesagt habe, sondern, dass ich da war. Mit diesem Christus war ich da. Nicht, weil ich das konnte und wollte, sondern, weil er es schenkte. Und ich bin so froh. Und wenn die sich einmal bekehren oder den Weg zum Herrn finden und wenn sie sich mal an mich erinnern, dann hoffe ich einfach nur daran, der, mein Papa, der wusste nichts anderes als Jesus, den Gekreuzigten. Der hat immer nur von Jesus. Wenn der uns zum Abendbrot sich rief, da kam es auch nach einer Stunde nicht weg. Obwohl er nach Viertelstunde schon alles aufgegessen hatte. Weil wir einfach zusammensaßen. Und nicht, weil ich die voll gelabert habe, sondern, weil ich Gemeinschaft gefördert habe. Die fingen selber an zu reden. Ich hätte sogar gehen können, habe ich auch ein paar Mal gemacht. Auf einmal waren die untereinander alle sicher mal unterhalten, die Geschwister und alles. Und meine zwei Geschwister, die ich nicht um mich habe, das ist das Pardon dazu, das Gegenteil davon. Keine Beziehung da. Da kannst du echt viel probieren. Du kriegst diese Beziehung nicht hin. Du kannst telefonieren, kannst rumforschen, wo sind sie gerade. Mein Bruder habe ich vor vier, fünf Jahren hatte, hat mich mal entdeckt in einem Internet treffen. Aber so richtig tief, es geht nicht weiter. Gemeinschaft fördern. Sei hier, weil der andere wichtig ist von Gott her. Wie der Herr es geboten hatte, so stellte Aaron das Gefäß vor die Lade mit dem Gesetz, damit es aufbewahrt werde. Und die Israeliten aßen Manna vierzig Jahre lang, bis sie in bewohntes Land kamen. Bis an die Grenze des Landes Kanaans aßen sie Manna. Ein Krug aber ist der zehnte Teil eines Schäffels. Herr, wir möchten dich bitten, dass du groß wirst. Dass du uns, dass du dein Reich offenbarst, uns hilfst, dass wir uns mit hineinnehmen lassen. Dass diese Verbindung nur mit dir, dieses Miteinander verwoben sein, Christus in uns, dass deine Ziele, so wie ich sie jetzt vermute, zur Ehre kommen. Amen. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut, ich haufe mich lieb, nein, bin diese Klug. Von Sündung, von Reinigkeit bin ich hier fein, und jaunse treu, sie freu, zu ziele, die flie,